hallo meine lieben herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ja ich möchte nur ein kurzes video machen und zwar die campus düden sind gekommen die habe ich wieder mal bestellt und ja wie ihr seht ich bin heute überhaupt nicht geschminkt ich habe nur pflege drauf und bisschen die lippenfarbe drauf gemacht weil es ist zu warm und wenn man dann was tut und schwitzt man und es verschmiert alles nicht ich lasse das wenn es zu heiß ist also ja es ist gar nicht gut für mich so ja also so sind zwei tüten wieder drin das ist die erste ja habe ich mir jetzt wieder bestellt und da ist jetzt erstmal ein blanché jolie blanche blanche lieblich fein fruchtig eine flasche wein war so im karton drin ja und ja und mal schauen ob das das gleiche ist was wir das letzte mal hatten oder ob es ein bisschen anders so obendrauf liegen chips hummuschips potleto und basilikum aha you look same great taste ok so schauen die aus von e3 so schauen die aus von e3 so gute infrei vegan 30% less fat 1 0 0 wir kennen essen und wir kennen die gesundheit auch quinoa ok ja ja gut jetzt sind diese kleine tütchen super so dann haben wir dann haben wir ein bier ja ok dann haben wir fitermalz spott isotonisch weniger süß natürlich kalorien reduziert auch das ist gut aha fitermalz nimm sport jetzt glaube ich tue ich in meinen küschern klein für meinen sohn ja fitermalz ist nicht verkehrt so dann haben wir ein achsspray epic fresh 24 nonstop fresh referenz boost technologie ja ein biospray von ax das bekommt auch mein sohn oder auch mal mein jüngster wenn ihr jetzt da zwei habt ne schauen wir mal äh bekommt es auf jeden fall ne ja so dann haben wir hier noch eine coca cola zucker 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 die trinke ich sehr gern so einen cola ja und dann haben wir hier noch ein das dünn hier noch naja da ist noch so eisdezitrone von dem cold tea da die trinke ich ja auch nur damit sie überhaupt keine dünn so so ja super dann schauen wir mal dann haben wir hier oh ein energy drink 316 premium energy drink ja mhm sehr schön trinken geht ja immer noch trinken geht ja immer noch dann haben wir pflegender cremeschaum cherry kisses ok fische habe ich auch noch nicht ok wird ausprobiert ja und dann haben wir hier von neki ein desinfizio aloe vera und scherfutter und 100ml 60% alkohol ja handreinigen das ja habe ich sogar noch einen server egal man kann das immer gebrauchen oder man verschenkt es halt nur das ist halt ja und da sind natürlich die dings drin so jetzt sehen wir uns gleich wieder sehr 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 sorry dass das licht heute nicht so gut ist weil ich konnte die palkon weil ich habe mein bei den äh äh dings draußen hängen na öffne den schlafownd von ähm Klimaanlage sonst würde ich es ja gar nicht mehr aushalten ja schön dann räume ich jetzt mal das ganze auf und ja dann dann sehen wir uns zur zweiten Tüte, ja, einen kleinen Moment, so, Sachen sind aufgeräumt und jetzt packen wir die zweite Tüte aus, und zwar, uiuiui, was ist da drin, Schmiersehnhänger oder, was ist das, Flaschenöffner, ein paar, das ist nicht schlecht, da gibt es sechs Stützen da drin, ja, das ist nicht schlecht, solche Schlüssehnhänger, so Flaschenöffner sind das, nicht schlecht, ja, ganz gut, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stützen da drin, ja, das ist doch nicht schlecht, so, ok, dann haben wir als erstes natürlich wieder so eine Tüte, Hummuschips, Tomate und Basilikum, ja, und dann, so, sorry, okay, das ist mehr, Moment, ja, wo war man stehen geblieben, ja, das ist nun bei der zweiten Tüte, also sechsmal sind wir sich unterbrochen worden, ja, einen Moment, bitte, so, jetzt geht es weiter, ja, und zwar, ja, in der zweiten Tüte, ich habe jetzt nochmal Hummuschips drin, die habe ich meinen Sohn runtergebracht, dann haben wir diese Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner dran, ja, dann war drin, also in der zweiten Tüte ist drin, war ich schon mal auf, so das, gezeigt habe, rausgetan habe, und, ja, ist noch nicht, ich habe die Aufnahme aus Versehen nicht eingeschrieben, ja, so ein Cappuccino-Coffee-Trink ist drin, dann haben wir nochmal einen Energy-Trink, ja, ein Vita-Malz nochmal, ne, genau, genau, und nochmal ein Antifektions-Gel, so, eine Cola-Sirup, ist immer gut, eine Cola-Sirup, kann man immer gebrauchen, ja, ich mag sie gern, und dann haben wir nochmal ein, hier, nein, ein Radler, von Stammler, ein Radler, ja, das ist ja prima, schön kalt, Radler, trinken ich sehr gern, jo, dann haben wir nochmal AX-Deospray, ja, ja, hat ja zwei Söhne, dann kriegt der, eine kriegt der, eins, und die auch eins, also kriegt jeder ein AX-Deospray, dann haben wir das, natürlich von Bilou, Flamid-Kieses, habe ich ja auch schon, noch schon mal da, und, ja, jetzt habe ich schon, oh, 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 jetzt habe ich etwas runtergegeben, okay, das kann ich nicht machen, so, ja, es riecht auch Pflaume, also Pflaume, also Pflaume, hatte ich schon beim letzten drin gehabt, und, ja, dann wird der weitergehen, kein Problem, habe ich schon Abnehmer für, dann war drinnen, hier, Linsenwaffen, ja, die sind auch gut, habe ich auch schon mal gehabt, und die sind lecker, dann von Gatubi, oh, Reisenschein, extrem wetscheinlich, Börs, oh, schön, ja, da habe ich im letzten Zimmer zwar auch schon mal drinnen gehabt, von Gatubi, oder nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall steht da an, äh, Farbezahlen, Dering, 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 Dering die farbe ja sehr schön so haben wir hier ein ja ein zweites von ist die zentrone von cold tea ja habe jetzt mein zweites hier und die ein wieder gedrängt für raus und sonst ist nichts mehr dabei ist alles leer das sind alles so reklame zettel und so weiter ja okay ja für 8,95 versandkosten kann man nicht mehr gerne bringen kann man immer gebrauchen und ich mit cola zero so zucker sowieso ja und ab und an den ich ganz gerne ein radler ja das werde ich mir im kühlschrank stellen vielleicht für heute abend schön erfrischend schön kalt ja ja ansonsten ja prima so zahlt man ja nur für die versandkosten und dann der wert übersteigt ja ein gesund abklebender klebenschauen ja schon langsam habe ich von die pflege schäume von hulu die liebe ich langsam oder lerne ich zu lieben okay dann ja würde ich sagen war es das sorry für die lichtverhältnisse das nicht ganz so gut sind aber ja man sieht die farben doch auch gut genau ja sehr 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 schön farbwiederspiegelung das ist das lille ne die pflege man kann es ja gut sehen man kann es ja gut sehen jetzt nur okay ja das war es jetzt und ja kann man gebrauchen und super dann bis zum nächsten mal meine Lieben tschüss bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal